wort ist gerade jetzt durch ist aber ein paar da drüben liegt kommt dass uns weitermachen kommen wir aber nicht drüber ja scheiße das ist gut dass ich jetzt zum fragezeichen gefahren denn jetzt mal früher gemacht oder weil dann hätten wir die ja das andere da holen können unten rechts fahr mal ein bisschen zurück ist das hier liegen oder sind wir richtig ja wir sind richtig aussteigen ich bin gleich zurück da ist kann man die leuten vielleicht müssen wir sogar glaube ich das müssen wir sogar machen dagegen schießen ich glaube muss die ist das so richtig ich bin mir nicht sicher sicher ja noch ein andenken für meine sammlung okay aber das ist perfekt konntest du das nicht leise erledigen hast du was ich habe noch ein andenken hier hoch kommen wir noch ja sind wir überhaupt hier richtig ja ja sind wir nach links nach links nach links sind wir hier richtig was ist das da oben schaut so aus ne das ist für uns wie da hochklicken bleib hier okay geh nur da noch was okay ich bin das man nirgends eine schlechte aussicht da drüben ist eine kleine höhle kannst dich nicht verstecken deine brüder und schwestern warten schon auf dich und ich musste wieder das auto ach nee ja noch ein fabelhaftes andenken mal nichts so als nächstes fahren wir nach links müssen wir gerade etwas machen bevor ich weiterfahre ich glaube nicht würde ich sagen, hier liegt das nächste drüben Moment mal, geh nur hm hm ok nochmal ja hm 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 das müssen wir machen damit ich weiß aber nicht was hm hm verdammt ich brauche mehr kraft um das zu bewegen auto hm 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 Moment mal, hier liegt einer. Seht euch um, Leute. So. Da, wo ist der letzte? Ich war da noch, wo ist denn der? Wird da nicht noch einer gewesen? Bin ich blind? Da ist er doch. So, das war's. Können wir weiterfahren. Okay, alles sauber. Hast du da unten was gefunden? Noch ein Andenken für unsere Sammlung. So. Dann fahren wir jetzt zur Axt, würde ich mal sagen. Oder warte, wir fahren zum Turm. Wie gesagt, hier rein. Fraser, warte mal. Scheiße, davon sind überall welche. Scheiße. Eigentlich wollte ich, äh, da fahren wir gleich hin. Die andere Seite. Andere rechts. Andere rechts. Andere rechts. Das ist die richtige, äh, ich glaube, ich bin, ich glaube, richtig, ne? Ja, ist richtig. Richtig. Jawohl. 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 Hier müsste das liegen, ne? Ja. Warte hier. Gut, ja. Ich warte. Hallo nochmal. Hallo nochmal. Okay, mal sehen, was passiert. Was ist das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Solange es keine Bombe ist. Ich denke nicht. Warum müssen wir hin? Wo? Zum... Die bleiben aktiviert, okay. Das müssen wir damit machen. Das hat aufgehört. Ach so. Okay, diese Wasserfontaine aktivieren. Okay, scheint wohl was zu sein. Ja. 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 Ah, das ist auf Zeit. Okay. Ich verstehe. Verdammt. War wohl nicht schnell genug. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Ja. Doch, das ist der Anfang. Versuchen wir jetzt. Wir müssen das rüber zu sprengen. Ist der Anfang? Ist egal. Wo wir anfangen. Aktivieren wir jetzt mal die hier. Abschluss jetzt aktiviert, ne? Ja. Da müssen wir rüber. Oh, falsche Richtung. Super. Mal mit Profis spielen. Ist perfekt. Ja, er ist mich. Ja, perfekt. Oh. Noch mal, ne? Noch mal. So, dann, da rüber. Können wir, geht. Darüber springen. Schnell, 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 schnell. Ja. Das da. Aktivieren. Nein. Haben wir noch Zeit? Haben wir noch Zeit? Ja. Immer noch das Geräusch. Ist da noch eine Fontäne? Hä? Lund? Ich hab doch alle aktiviert. Das gibt's doch nicht. Okay, noch mal. Ja. Geil. Sehr schön. Obwohl ich L1 gewirkt habe. Mensch, warum geht's dir da hin? Ja. Ja. Am Anfang ist es direkt vorhin. Ich hab doch noch ein Häuserler andenken für meine Sammlung. Ach so. Jetzt. Äh, okay. Lag das da gerade auch schon? Ich hab keine Ahnung. Jetzt können wir weiter. Was interessantes gefunden? Unschätzbar wertvoll, dieses Andenken. Hoffe ich jedenfalls. Kommen wir, wenn ich jetzt geradeaus fahre. Ich möchte ja rechts. Geradeaus und rechts. Kommen wir fahren, warte. Kommen wir hier hoch. Ich dachte, da wäre was. Lassen wir mal so stehen. Ich hatte gehofft, sie wären inzwischen abgehauen. So, mit Gewalt rein oder, äh, schleichen? Nein, mir ist es eigentlich egal. Ne, das Gebiet ist ein bisschen groß. Ja. Es ist nur weg. Es ist ein anderer. Da ist er. Weg. Zwei. Ich weiß nicht, wie viele hier sind. Da ist auf jeden Fall noch einer. Okay, ist kein Hoch. Ist krass. Ist noch einer? Okay, da sind noch mehr. Gut, dann klettern wir als erstes mal hier hoch, würde ich sagen, oder? Wir haben nur noch einen Schuss. Und ich fülle noch mal eine Pistole. Hätt mit dir. Den töten wir jetzt so. Hat doch so geklappt. Easy. Sind hier noch welche? Mal sehen, was wir hier haben. Ich glaube, das waren alle, ne? Ja, geht auch so. So, was haben wir denn hier? Äh, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier auch so ein Amulett-Gedöns. Äh, aber... Ich gehe jetzt mal zum Truck. Ich glaube, da ist eine Kiste. Endlich. Eine Pistolen-Money. Vielleicht liegt da so ein Tonnen. Aufmachen. Ja. Und? Äh. Granat. Ja, ich meine... Ist gut, Granatwerfer, aber... Gut. Hm. Gut, wir suchen aber erst mal weiter. Was müssen wir hier machen? Aber da ist ja noch... ...ein Truck. Das ist keine Money. Shit. Das müssen wir hier machen. Was? Müssen wir hier machen. Hopp. Ja, oh. Auf jeden Fall erst mal hier hoch. Verzeihung, wie bitte? Große Acht. Acht. Zeig das auf. Mhm. Das... Oh. Okay. Granatwerfer können wir gebrauchen. Tschüss auf. Die Tür ist auf. Eher gesagt, die Mauer ist auf. Ja, wie liegt das sogar drin? Perfekt. Ich, ähm... Ist okay. So. Perfekt, ne? Sehr schön. Können wir wieder weglegen? Brauchen wir nicht. Okay. 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 Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Sag's mir nicht. Du hast noch einen anderen gefunden. Ding, ding, ding. Wo ist das Auto? Da ist das. Wir müssen jetzt nach oben. Da rein. Aber wir fahren mit das Auto. Wir laufen... Auf keinen Fall. Hatt' ich mal bereit. Ich glaube, jetzt geht... Ist ne Baller wieder los, ne? Jetzt mehrere Leute von denen sind. Keine Ahnung. Werden wir jetzt in Fahrern, ne? Werden wir jetzt in Fahrern sehen. Falsche Richtung. Auch gut. Falsch abgeworben. Ich glaube, hier geht es rein. Ja. Wie hätte das denn gedacht? Scheiße. Die Rebellen waren schneller. Ja. Die waren schneller. Okay. Haben die da eine Kistin? Oh. Oh. Mach auf das Ding. Ein Sammelnobjekt. Jetzt habe ich die... Pistole weggelegt. Super. Ja. Ja. Was ist da oben? Und wir müssen wieder zurück, ne? Seh ich gerade. Ja, dort ist das nächste Symbol. Ja, das tun wir gleich. Hey, schau. Shiva's Axt. Das habe ich auch am Turm gesehen. Shiva. Weitere Gott der Zerstörung, stimmt's? Ja. Wir haben aber wahrscheinlich nicht zugegeben. Also keine Luftjahr. Ja, das ist ein Haken. Ja. Ja, das ist ein Haken. Da. Okay. Kommt! Kommt! Lass uns reingehen! Öffnet euch! Zum Selle 5!